Halli Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Amplified Ja mit dem Odin Hi Und mit dem Heinzel74 Hallo Ich finde den Namen toll Wo seid denn ihr eigentlich? Ich bin gerade irgendwo in einer Höhle Und wie ihr letztes Mal mitbekommen habt Ich hab's ja am Ende schon angekündigt Ich wüsste jetzt einer wenige Findet euch damit ab Ich krieg gleich aus Odins Arsch raus Was? Ich komm durch den Hintereingang von der Höhle runter hoch Soll ich die Leiter abbauen? Ey da kommt der Oh ne Das gibt bestimmt nen Schlag Ich hab ein dummes Gefühl Ich hab nicht mal Rüstung an Ja der bohrt einfach zu Boah es ist lang ey Na Curly was hast du denn letztes Mal so schönes gemacht? Nicht Hab ich denn Obsidian da? Doch so viel Hast du eine Bedrock in gesetzt oder was? Was ist das denn mit drin? Stein Wo hast du eine Steinspitzhacke? Du mobst mich voll Alter Kollege Was geht denn bei euch ab? Verdammt Nö Da Mach die Tür zu Bleib unten Was macht ihr denn da? Ich hab übrigens das Zeug von Blackerplay Okay Machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Äh Ein bisschen verzauberte Rüstung Aber sonst eher das gleiche Zeug wie ich Woher hat der einen Zaubertisch? Vielleicht haben wir das schon gefragt Er hat er gebaut? Haben wir letztes Mal gebaut? Oh Dann könnte er eigentlich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen Der steht auch irgendwo oben hier drin Ja Irgendwo ist gut Hier ist das Portal Ich hab ihn gerade eben gesehen Warum hab ich eigentlich Achso Ja Da steht direkt in der Halle In der Halle? Finde ich immer noch lustig In der einen Falle wo die Öfen sind Dann wirkt wenn schon Habt ihr das eigentlich ausgebaut oder ist das immer noch so? Immer noch so Okay Boah Jetzt muss ich da wieder hochklettern irgendwie Weil das scheiß Wasser weg ist Wie läuft's eigentlich bei meiner Farm oben? Oh die gedeiht ja schön Ach ja ich erinnere mich Das Loch Hm Loch Hast du das Loch? Das Loch Das Loch in der Farm Oh Oh mein Gott Er hat Eisen Vor allen Dingen hat er schon 6 Dias im Moment Und macht jetzt das Eisen Hm Wie macht der Typ das? Hm Ein Cheater Auf jeden Ja das sowieso Mein Minecraft ist ja auch nicht voll laut ey Das brüllt mir die Ohren weg Dann mach's leiser Nee echt Mach ich mir das Ich sag dir mal lieber nichts zu Ich muss ja unser Niveau irgendwie halten Ja Ja Richtig sinken Wir dürfen nicht steigen mit dem Niveau Geht noch weiter tiefer? Nee Eigentlich ja nee Eben Also das ist schwierig Und jetzt Jetzt lieg ich im Bett Es kommt mir gerade an Dass ich da jetzt Da Dass du jetzt da Okay Alles klar Jetzt wissen wir alles über dich Du war Babyzombie Schoss mir nicht die Klippe runter Ich glaub sie auch Wir haben übrigens alle einen Tod Toll Ich weiß auch von wem er kommt Und wir wurden alle gekillt Von uns gegenseitig Kali wir hatten dich gekillt Äh Du Ich? Ja Wann Ach ja stimmt der Berg Ja War ja was Der Berg Da war was in netter Art Ja das kenne ich auch Ziemlich guter Freund ne Ja Er mag mich auch nicht Das ist ein guter Kollege eigentlich War in das Bett So was Was habt ihr für diese Folge geplant Nicht wahr Ich versuch irgendwie Zu meiner Base wieder hoch zu kommen Das ist was ich geplant hab Super und äh Du So Ich äh Ich versuch einfach mir eine Base gegenüber zu machen Okay Super Dann habt ihr alle einen Plan Und ich nicht Dann machen wir zusammen eine Base gegenüber Nein Ich will nicht mit dir zusammen runden Dann halt nicht Ich glaub ich geh ein bisschen Und den Untergrund und form noch ein bisschen Willst du erst einen Plan Ich einen Plan Wir sind heute übrigens Ausnahmsweise mal zu dritt Das hast du schon mal erwähnt Nein Nicht in der Form Achso Ich hab nur erwähnt Dass Black Your Play jetzt weg ist Boah ich hasse das Dass ich jedes Mal durch die Bude ins Bude muss Ich hasse es Stinkt Dass ich jetzt einen Cobblestone Turm hochbauen muss Um hochzukommen Die Bude stinkt Wie sauer Warum musst du da bitte immer durch Weil da unten Der Eingang zur Mine ist unten Ganz unten Ganz 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 unten Ganz ganz unten Ja also ähm Ganz unten Ganz unten Das ist wieder ein Niveau Oh ich hab gleich ganz Stein näher Du tu tu Hier unten gibt's noch Kannst du euch holen Ist gratis Ja äh Bringt mich mal hoch Wo ich gerade bin Hey Bin gerade nach ganz unten Jetzt kommen wir nicht mehr hoch Plumps auf der Erde aufgesetzt Auf der Erde Warte Na ist egal Ich dachte ich teile wieder das Niveau runter Aber das Ja Ich mach die Konkurrenz Würde ich nicht als was Positives abstempeln Oh doch Ich hab Eisen gefunden Ich hab übrigens ne neue Tastatur Ist vielleicht jetzt ein bisschen angenehmer Was hast du denn für eine Logitech MK710 Ich find die Sharkon Skiller extrem geil Die leuchtet so schön Die sagen mir beide nix Sharkon Skiller ist ne Gaming Tastatur für 15€ Logitech ist immer gut Ah die hat da so ein schönes S So ein blaues was so schön leuchtet Das Symbol ist so geil Boah 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 krieg ich jetzt mein Orgasmus Achso ok Hm Gerade übrigens wieder Ja ist aber toll Ich hab Alter dieses neue Menü ne Ist so schwul Von 1.8 Wo seh ich denn hier die Höhe Ach da Elf Ist nicht schwul Das ist voll toll Ach ich find das so unübersichtlich So ungewohnt Richtig gut Warum greifen mich die Mobs nicht an Oh Ne Ich nehm's zurück Dem sinken So hier ist übrigens äh Lavasee Find ich eigentlich nicht so toll Vernichten wir mal Nein das wollte ich gar nicht verdammt Ich hab grad drei Creeper gefunden Ich hab grad drei Creeper gefunden Herzlichen Glückwunsch Du hast drei Creeper gefunden Ja Du hast drei Creeper gefunden Ich esse ein Keks Ja Nein Ganz gar nix Voll unfair Voll unfair Der Tüte nisch bekommst du Boah So viel So jetzt hab ich wieder ein Wasserfall nach unten Immerhin Ehhhh Ich fand die Strafe immer noch gerecht Welche Strafe? Er weiß wovon ich rede Ich nicht Deswegen erklärst du es mir Ich glaub ich weiß es gerade auch nicht Mhm Super Ähm Ähm OP Rechte Ähm Achso Was habt ihr gemacht? Er hat sein OP Rechte ausgenutzt Inwiefern? Ähm Warte Warst du im Game Mode? Ich glaub ja ne? Nein Nicht? War doch Ja 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 Und der hat Lack die ganze Zeit gebannt und wieder entbannt Was hat er gemacht? Er hat Wasser weggenommen Oh Ja das ist Füllstrafer Stimmt Tom Das darf man natürlich nicht Ich hab mich gekillt grob gesagt Das ist noch schlimmer Weil du kein Wassereimer dabei hattest Ja ich hatte kein Wassereimer dabei Na also bist du eigentlich dran schuld Nein Nein Bitte Ach Zwei gegen einen Weck mich Meine Stimme zählt dreifach Ich hab hier nen Server Aber es wär noch richtig wieder aufgelassen Ey Meine Stimme ist so sexy Die zählt fünfmal Jetzt find ich so viel Eisen ne? Und vorher überhaupt kein Eisen gefunden Und jetzt Tonnen Boah das ist so unfair Kann man jetzt auch nix dran hindern Scheiß Eisen Will das alles nicht mehr Na Will ich auch nicht mehr Ja Immer diese Beziehungsprobleme Ja man Ich hätte das Holz mitnehmen sollen Verdammt Naja grab mir dann halt ein bisschen Kann ich überhaupt genug Essen dabei? Na ja eher weniger Warum zum Teufel gehen? Na ist egal Okay Ich setz ne Fackel, bau den Stein dahinter ab Ich setz ne Fackel, bau den Stein dahinter ab Ich bin intelligent Warum machst du das? Einsichts der ersten Weg zur Besserung Was? Gibst du, dass ich intelligent bin? Danke Na ja in gewisser maßen schon ein bisschen Aber nur ein bisschen Weg nicht Du hast es immerhin geschafft Ein sehr schönes Passwort für den Channel rauszufinden Das Passwort dürfen wir nicht verraten Das ist geil Äh 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 Ja Öh Mal gucken wer es süß rausfindet Öh Äh Öh E Noch was? Ne E nicht Er hatte ähm Äh Ö Ü Und Ö Siehst du? Äh nicht Doch Äh Ö Ne ich meinte E E hat er gesagt E Einmal Ö als Ö Und einmal Ö als OE E Boah 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 Alter voll kompliziert Richtig heftig, ne? Ey Wer hatte eigentlich die Brücke gebaut? Äh Black and Pace war das, oder? Ja Achso, ok Sieht scheiße aus Ja, es ist kein Wunder, wenn er es gebaut Ja Das ist auch der Grund, wie es auch so ein Projekt ist Die Brücke WTF Wo kommt dieser scheiß Gang her? Ich hab mich grad ungefähr 3 Kilometer durch die Erde gegangen Und gestoß jetzt auf den Gang Ja, ne? Ich mach ja das Richtige mit Vor allen Dingen Dieser eine Gang hat sich genau an den Adern, äh, Eisen vorbei gerahmen Boah Die ich jetzt entdeckt habe Und jetzt ist sie meins Mega Wollte der, der in den Gang gegangen hat, doch gar kein Eisen mehr Hm Er weiß, ich brauch's Endlich wieder zu Hause Ah, ja Was, du willst zurückkommen? Ich war die... Nein, 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 ich will nicht zu dir zurück Ich will einfach nur hier, hier zurück Verstehst du? Ne Ne Ok Wofür braucht man Gold? Äh, Goldhäpfel Wofür braucht man Gold, was sinnvoll ist? Äh, Goldschwerter Ah ja, genau Ey, das ist voll sinnvoll Ja, voll sinnvoll Das ist immerhin schlechter wie Holz Mhm Deswegen ist es auch so sinnvoll, ne? Ja Ne, Goldblöcke kannst du daraus noch machen? Ja, super Was hab ich von Goldblöcken, bitte? Antriebsschienen Antriebsschienen Antriebsschienen, das ist, ja, das ist, äh Das brauchen wir auf jeden Fall Ja doch, das ist nicht schlecht Kann man nicht sagen, du Kannst noch einen Goldblock machen Doch, gegen Antriebsschienen kann ich nichts sagen Die brauchen wir nicht Ich komm einfach mal zu euch nach unten Ich bin da nicht, beziehungsweise ich bin da gleich Wieso macht der Wasserfall? Hallo Scheißknick Pick dich, Wasserfall Jetzt sicht ich halt neu Hihii Ich hab dich mit dem Stein geschlagen Boah Tat's weh? Auf jeden Fall In der Seele, ne? Ich hab das Wasser weggenommen, aber das Wasser ist immer noch da Nett Das macht Sinn Naja Ähm, Odin, darf ich davon ausgehen, dass du hier diese ganzen Stripmine-Gänge gemacht hast? Die Hälfte Die andere Hälfte war dann wohl ich War nicht so viel, ich hab kaum gestriptmined Ich hab einen Gang gegraben, bis ich auf den Minenschach gestoßen bin Naja, ich hab zwei, drei Gänge gemacht, Black Replay hat noch und Odin halt Das ist Das ist Ich bin dann relativ schnell auf den Minenschach gestoßen, das hat mir gereicht Ah, Glückspilze Das waren bestimmt sehr spannende Folgen bei euch Gehst du jetzt mal weg, du Kackwasser Auf jeden Fall lustige Folgen, weil Odin dabei war Der unterhält der Male Ja siehste, ich bin der Beste von euch allen Ja Auf jeden Ja, yay, ich hab nen Bug Yay Yay, was bugst du denn? Hast du das gerade ernsthaft gefragt? Handy Gerade ernsthaft gefragt, was er buggt? Ja Warum, darf ich nicht? Ach, mich fragt nur Ähm, ja, kleines Problem Mhm Ja Sprich Geht's um Kock? Nee, ähm Ich hab das Wasser weggenommen, da war das Wasser noch da Das war anscheinend ein Lag Dann hab ich nen Block hingesetzt, damit das Wasser weg geht, weil ich dachte, ich hab das Wasser im Eimer Dann hab ich was gegessen, dann hatte ich kein Wasser mehr im Eimer Bin ich hier oben Du Homo Du bist ein Zauberer Ich spring runter ins Wasser Yes, das ist nachher am Abfließen Ja, das ist einfach nur doof Wie kann man denn, oh man, Odin Das war lebensnotwendig, das Wasser Wasser hat ihn jetzt mal getötet War es auch? Ja, aber warum machst du's denn kaputt, ey? Was, was geht denn nicht in dir kaputt? Hallo, was soll denn das? Wieso? Erklärst du mir das bitte? Nö Odin Ja, dann lass es halt Ja Warum warst du eigentlich so klug und hast auf einen Berg Einen Tunnel nach unten gemacht? Hm, ja, das fragten Odin Damit ich schnell dahin komm Ja, und warum ist nicht einfach kurz runter gesprungen? Weil dann das Hochlaufen zu nervig wäre Dann mach dir ne Treppe Das ist aber mehr Arbeit, als so eine Scheißleiter zu machen